Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es weiter mit einem OMT-Webinar. Thema mit Native Ads gezielt Kundengewinn und profitabel auf bis zu 25.000 Euro täglich skalieren. Zu Gast heute Marcel Sattler. Er ist Geschäftsführer von Purple Black, eine Agentur für Native Advertising. Marcel ist offizielles Forbes Agency-Council-Mitglied, internationale Top-Speaker und führer in der Geräte rund um das Thema Native Ads mit über zehn Jahren Erfahrung und einem Ad-Spend von mehreren hundert Millionen Euro. In diesem Webinar teilt er seine Best Practices wertvolle Case Studies und gibt uns konkrete Handlungsempfehlungen, wie wir unsere Marketingstrategie durch die Integration von Tabula und Outbrain Ads optimieren können. Wie immer ein paar obligatorische Sachen. Das Webinar rechnen wir auf. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, eure Fragen in die Fragebox reinzustellen. Wir sammeln die Fragen und Marcel wird uns alle diese Fragen am Ende seines Webinars beantworten. Marcel, ich würde sagen, die Bühne ist hier. Viel Spaß beim Webinar. Vielen lieben Dank und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marcel, wie schon angekündigt. Man hört es. Ich komme aus Österreich. Ich bemühe mich aber heute schön zu sprechen, sodass mich auch wirklich jeder versteht. Damit du es weißt, mit wem du zu tun hast, ein paar Worte über mich. Ich bin im Alter von 17 Jahren oder habe im Alter von 17 Jahren mit Online-Marketing gestartet. Damals noch mit Meta extrem viel, mit Google extrem viel. Man sieht mich hier auf dem Foto mit meinem Hund, meinem kleinen Arbeitskollegen im Jahr 2017. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und bin dann exklusiv auf das Thema Native Advertising mit Plattformen wie Tabula und Outbrain von mittlerweile über acht Jahren. Ich glaube, insgesamt sind schon zehn Jahre her geswitcht. Grund dahinter war einfach, dass ich gesehen habe, okay, die Konkurrenz bei Meta und Google ist immer größer, beziehungsweise auch hat es mir nicht so viel Freude bereitet, weil einfach extrem viel Arbeit dahinter vom Algorithmus abgenommen wird. Und ich war gerne manuell in den Kampagnen-Trainern und diese Möglichkeit hatte ich einfach mit Native Ads, beziehungsweise ist es einfach deutlich leichter mit Native Ads zu skalieren. Ich bin Gründer einer der größten und erfolgreichsten Agenturen im Bereich Native Advertising, nennt sich Purple Black. Du wirst uns wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Hintergrund ist einfach der, dass wir extrem stark im Hintergrund die Strippen ziehen. Wir sind jetzt nicht die größten Marktschreier vorne raus, sondern sind einfach für den Erfolg von vielen, vielen Brands da draußen, national, deutschsprachigen Bereich, als auch international mitverantwortlich, wenn es um die Native Strategie geht. Und ich bin, wie schon angekündigt, auf den großen Bühnen der Welt. Zuhause Adworld, Affiliate World, hier ein Foto von letztem Jahr in Dubai, von der Affiliate World, wo es auch um das Thema Native Ads ging. Genau, das sind ein paar Worte zu mir. Wenn du mehr Content ganz generell abseits auch nach dem Webinar zum Thema Native Ads haben möchtest, schau gerne auch bei uns auf YouTube vorbei. Wir haben den größten Channel zum Thema Native Advertising. Wichtig ist, der Kanal ist auf Englisch. Das heißt, es ist jetzt nicht mega kompliziert, aber solltest ein bisschen Grundenglisch verstehen können, um dem Ganzen zu folgen. Wir produzieren zwei neue Videos jede Woche. Wie gesagt, Empfehlung nach dem Webinar. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Genug geredet. Jetzt geht es direkt zum Content. Eher mal hoch. Bevor wir rein starten, was ist denn Native Ads überhaupt? Und es ist auch so ein bisschen die Faszination dahinter. Für mich zumindest persönlich. Ich bin kein großer Freund davon, von plumpen Verkaufsstrategien und diesen ganzen Marktschreien, die du auf Meta, auf Google und wo auch immer siehst, der dir irgendwie das Ohr abschreit, wenn du mal bei YouTube ohne Premium reinschaust. Native Ads ist das genaue Gegenteil. Native Ads ist Werbung, die nicht wie Werbung aussieht. Der große Vorteil hier dahinter ist einfach, dass Leute, wenn du mit denen sprichst, der sagt jetzt nicht, hey, ich habe eine Werbeanzeige gesehen, sondern okay, ich habe diese Kniebandage online entdeckt. Du gibst den Leuten mit Native Advertising die Möglichkeit, selber etwas zu entdecken. Und das hat einfach einen ganzen anderen Stellenwert dahinter. So ein bisschen der Ikea-Effekt. Weil es einfach ist, es ist einfach Werbung, die nicht wie Werbung aussieht. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von MSN von heute Morgen. Und du siehst hier zum Beispiel nie wieder stumpfe Motorsäge, Schleifer over Deutschland. Ist jetzt sehr, sehr plump. Also jetzt nicht unbedingt die beste Native Ad. Aber du siehst, es ist halt in natives Umfeld eingebettet, in dem Fall bei MSN. Wenn wir von Native Ads reden, ist es wichtig zu verstehen, wir reden nicht von einer spezifischen Plattform, wie es bei Meta zum Beispiel der Fall ist, oder bei Google der Fall ist, sondern wir reden vom Open Web. Das heißt, mit Native Ads ist es möglich, auf dem gesamten Internet mehr oder weniger zu laufen. Vorwiegend bedeutet das, die Werbeanzeigen sind aktiv auf Newsportalen, wie zum Beispiel MSN, T-Online und so gut wie jeden anderen Newsportal da draußen, was du kennst. Das sind so die größeren Player. Kleinere Player sind dann kleinere Blocks etc. Aber die trotzdem teilweise mehrere hunderttausend Personen an Traffic jeden Monat haben. Wie gesagt, Ziel bei Native Ads ist es, eine Werbung zu erstellen, die nicht wie Werbung aussieht und den potenziellen Kunden etwas entdecken zu lassen. Wie gesagt, das ist dieser Ikea-Effekt. Du baust etwas selber auf und hast dadurch einfach ein bisschen eine andere Beziehung, wie wenn du jetzt einfach online was bestellst und am nächsten Tag steht der Kasten bei dir zu Hause, sondern du hast eine Beziehung, du hast das Ding abgeholt, okay, hat nicht ins Auto gepasst, größtes Auto geholt etc. Das ist hier das Gleiche. Ich habe schon gesagt, es gibt einen Unterschied zu anderen Plattformen. Links hier ist ein Foto, hier mit dem Smartphone, das ist ein Beispiel von einer Instagram Story Ad und da siehst du einfach, egal ob es jetzt gut gemacht ist oder schlecht ist, komplett wertneutral, du siehst einfach, dass es sich hierbei um eine Werbeanzeige handelt. Das heißt, du wirst geadvertisert und du hast auch das Gefühl, okay, mir wird jetzt hier eine Werbung angezeigt. Einmal komplett wertbefreit. Kann gut sein, kann schlecht sein, aber bei Native ist es halt so unten in den Content reingemischt, dass du teilweise gar nicht wirklich siehst oder dass viele Menschen einfach nicht wirklich erkennen, dass es sich hierbei unbezahlte Werbeanzeigen handelt. Und das ist so der charmante Vorteil, weil die Leute lesen etwas, lesen etwas fertig, scrollen down ans Ende des Artikels und schauen dann einfach, okay, was könnte mich jetzt noch interessieren. Okay, ich höre ein bisschen schlecht hier, es klingt ganz interessant mit dem Thema Hörgeräte. Und das ist einfach der große, große Unterschied. Du wirst oder du hast bei Native Advertising nicht das Gefühl, dass dir straight etwas verkauft wird. So ein bisschen über die Bande, ein bisschen meiner persönlichen Ansicht nach, ein bisschen der charmantere Weg. Ein großer Vorteil aus meiner Sicht und das war auch einer der Gründe, der mir extrem gut bei Native Ads gefällt, ist einfach das Thema Diversifizierung. Du bist nicht abhängig von einer einzigen Plattform. Ich sage es dir, wie es ist, als ich gestartet bin im Alter damals von 17, 18 Jahren mit Meta, meine Werbeanzeigen, die waren immer ziemlich hart an der Grenze. Und natürlich hatte ich ständig das Problem, dass meine Werbekonten weggeflogen sind, dass die Facebook-Seiten gesperrt sind, etc. Das heißt, abseits von dem gesamten Marketing hatte ich extrem viel damit zu tun, mit diesen Mini-Fights, sage ich mal, mit dem Support, mit Meta, etc. einfach um die Dinge wieder live zu bekommen. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur Dinge, die jetzt hart an der Grenze sind oder auch so ein bisschen über den grauen Bereich hinausgehen, sondern es betrifft auch ganz klar normalen Content. Und ich höre das immer wieder von Kunden, die Meta und Co. am Laufen haben, dass auf einmal der Werbeaccount wegfliegt, obwohl die etwas super Simples, super Einfaches verkaufen, was absolut den Richtlinien entspricht. Und du hast dadurch einfach mehr Unabhängigkeit und deutlich lockere Richtlinien. Das bedeutet, es ist teilweise schwer, Dinge auf Meta zu verkaufen, obwohl die absolut okay sind. Zum Beispiel irgendwie Outdoor-Equipment, weil du halt teilweise ein Taschenmesser dabei hast, etc. Und dadurch hast du einfach bei Native den Vorteil, dass die Richtlinien lockerer sind und du hast keine lästigen Probleme mit Sperrungen oder Account-Bands oder irgendwelchen Shadow-Bands, weil du mal irgendwo falsch abgebogen bist. Die größten Plattformen hier sind Outbrain und Tabula. Das sind so in Europa und im englischsprachigen Raum die stärksten und größten Player hier. Es gibt aber, und das hier ist jetzt nur ein minimaler Auszug, es gibt hunderte Native-Advertising-Plattformen. Da draußen einige davon sind spezialisiert auf einem Markt, zum Beispiel auf den asiatischen Markt, auf den europäischen Markt, auf den italienischen Markt, whatever. Und ein paar andere sind spezialisiert auf ein Thema, auf eine Nische, zum Beispiel Reisen oder E-Commerce oder, oder, oder. Und was nutzt man bei Native-Advertising? Man nutzt den Moment of Next, den Lesefluss der Zielgruppe. Das heißt, wie schon vorhin angekündigt, Leute lesen, Handelsblatt, FAZ, was auch immer. Der liest einen Artikel, ist fertig mit dem Artikel, scroll down, hat jetzt noch etwas Zeit und möchte einfach den nächsten Artikel lesen oder möchte einfach stöbern. Welchen Content, welcher Content interessiert mich denn noch darüber hinaus? Das ist sozusagen der Moment of Next und jetzt kannst du mit deiner Werbeanzeige sozusagen brillieren und hier die richtige Zielgruppe ansprechen. Wer die Zielgruppe ist, etc., dazu kommen wir ein bisschen später noch. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, du nutzt dir diesen Moment of Next. Das heißt, der User optet in und du pusht jetzt nicht etwas an den User und zwingst ihm etwas aufs Auge, sondern er sagt, hey, das Thema klingt interessant für mich, da köpfe ich jetzt mal rein. Und da kommen wir auch gleich zum Aufbau einer erfolgreichen Native-Ads-Kampagne. Und der Aufbau unterscheidet sich ein bisschen von den Kampagnen, die du sonst da draußen auf Meta und auf Google siehst oder vielleicht auch, die du selber aktiv hast. Du hast nämlich am Anfang die Werbeanzeigen. Das ist das sozusagen, was der User sieht im Moment of Next. Also unten am Ende des Artikels, das sind die Werbeanzeigen. Das ist immer eine Kombination aus Bild und aus Headline und teilweise aus einer Beschreibung. Und das ist auch so ein bisschen das Targeting. Du kennst es vielleicht von Native-Ads, die du schon mal da draußen gesehen hast. Du siehst teilweise Senioren aufgepasst oder bist du zwischen X und Y geboren, dann ist das für dich interessant. Achtung, Mütter aufgepasst, etc. Hausbesitzer aufgepasst. Das ist so ein bisschen das Targeting, mit dem du die Gruppierung vornimmst. Wichtig zu verstehen ist, danach schickst du Leute nicht einfach plump auf deine Angebotsseite. Wenn du jetzt irgendwie Lead-Gen machst, schickst du die Leute nicht direkt auf eine Lead-Gen-Form. Oder wenn du im E-Commerce-Bereich bist, du schickst die Leute nicht direkt auf die Shopify-Page, sondern du schickst die Leute auf ein Advertorial. Ein Advertorial ist mehr oder weniger eine Landingpage, die jedoch aussieht wie eine Newsseite, die also aussieht wie ein Online-Zeitungsartikel. Ist natürlich gekennzeichnet, damit es auch eine gewisse Transparenz gibt, aber Hand aufs Herz, der Großteil der Leute überliest das und denkt einfach, okay, das ist jetzt etwas, was vom Handelsblatt empfohlen ist und dadurch nutzt du einfach den enormen Trust, den die Plattform des Vertrauens für den User hat. Bedeutet also, wenn der User jetzt gerne FAZ liest oder MSN liest oder T-Online liest und sie sieht da, hey, okay, die Kniebandage oder das Hörgerät, das ist jetzt hier bei MSN, MSN mehr oder weniger empfiehlt das, dann glaubt der User mehr oder weniger, dass das zusammenhängt und dadurch hast du halt einen enormen Vertrauensvorschuss, den du so auf dem offenen Markt da draußen nicht hast. Und erst nach dem Advertorial, erst danach schickst du die Leute mehr oder weniger auf die Seite, wo sie zum Lead werden können oder wo sie etwas kaufen können. Ziel des Advertorials ist es im Wesentlichen, den User aufzuwärmen. Denn wenn wir von Native Advertising reden, sprechen wir immer von einer total kalten Zielgruppe. Und unser Ziel ist es hier, diese total kalte Zielgruppe innerhalb von wenigen Klicks zu konvertieren. Wir möchten also auf große Retargeting-Strategien und Co. verzichten, weil Retargeting ist teuer und es wird einfach sehr komplex und undurchsichtig. Ziel bei Native Ads ist es daher, immer die erste Impression zu erzielen, die Leute durch deinen Funnel zu schleusen und dann auch innerhalb von wenigen Minuten, wenigen Klicks die Conversion einzufahren. Natürlich ist das auch so ein bisschen Wunschdenken dahinter, das heißt, du wirst jetzt nicht 100% Conversion Rate offensichtlich haben, aber das ist so das grundsätzliche Ziel. Denn Native Ads ist total top of the fun, also du sprichst eine komplett kalte Zielgruppe an und deshalb ist dieser Zwischenschritt mit dem Advertorial, den wir hier gesagt haben, auch notwendig. Würdest du die Leute direkt von deiner Werbeanzeige auf die Offer-Page schicken, würdest du die Leute verlieren, weil sie einfach nicht in dieser Awareness sind, wo sie sein müssen. Stattdessen, wie gesagt, schickst du sie auf ein Advertorial, wo du es so ein bisschen vorqualifizierst, wo du das Problem auch sichtbar machst. Denn, wie gesagt, die Leute vom Traffic her sind kalt. Das ist weder irgendwie interessenbasiert oder suchbasiert, keywordbasierend, wie du es bei Google kennst, sondern du schreist einfach etwas mehr oder weniger oder du gibst eine Message, du schickst eine Botschaft in eine Menschenmenge raus, in deinen Traffic raus und schaust einfach, für wen ist das interessant. Ähnlich wie wenn du eine Angelroute ins Meer reinhältst, du weißt, okay, hier sind eine Menge Fische und dann schaust du einfach, wer beißt an. Und das Advertorial hat die Aufgabe, sozusagen den Fisch dann rauszuziehen. Es kann natürlich auch sein, der Fisch beißt nicht richtig an etc., fällt dann wieder runter, dann ist es sozusagen weg, aber Ziel ist es hier, über das Advertorial den Fisch rauszuziehen und bei dir aufs Boot zu bringen. Das Advertorial muss natürlich so ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen, erfüllen, dass es richtig geschrieben ist, psychologischen Hintergrund hat etc. Bei uns im Team machen das zum Beispiel spezielle Copywriter, die einfach einen Marketing-Hintergrund haben, aber auch einen psychologischen Hintergrund haben. Das ist viel Research, um einfach zu wissen, wie tickt die Zielgruppe, was ist die Sprache der Zielgruppe. Denn wenn ich ein Advertorial schreibe für einen 35-jährigen Sportler, für einen Athleten, ist es einfach eine andere Sprache, wie wenn meine Ziel-Audience, meine Target-Audience ein 65-jähriger Senior ist. Das sind einfach die Unterschiede in der Sprache, in den Pain-Points, die man hier beachten muss. Chat, GPT und Co. kann hier aktuell noch relativ wenig helfen, beziehungsweise ist unsere Erfahrung, dass der Content, der funktioniert am Ende des Tages, noch immer hier von Menschen an geschrieben wird. Einfach, weil Menschen die Pain-Points, die Probleme besser verstehen. Lasst uns mal reinköpfeln in so eine Kampagne, wie sowas ausschaut, damit ihr auch seht in der Praxis, okay, wie schaut so eine Native Advertising-Kampagne aus? Wie schon gesagt, besteht aus mehreren Teilen, Ads, Advertorial, Offer-Page und dann im Idealfall hast du die Conversion, was auch immer das ist. Das kann Umsatz bedeuten, das kann Lead bedeuten, was auch immer für dich die finale Conversion ist. Hier ist ein Aufbau von einer Native Advertising-Kampagne. Das hier sind jetzt die Ads. Jetzt hier ein Screenshot aus dem Tabula-Backend. Wie gesagt, ob du Tabula verwendest oder Outbrand verwendest, im deutschsprachigen Raum ziemlich egal, haben beide gute Placements, die geben sich nicht viel. Unterschied zwischen den beiden Plattformen ist einfach, sind unterschiedliche Firmen und die haben in der Regel unterschiedliche Placements. Das bedeutet, nicht jeder hat Handelsblatt, nicht jeder hat die Online, das sind dann Exklusiv-Placements und je nachdem, wo du einfach siehst, das passt für deinen Audience besser, da macht es dann Sinn, auf den spezifischen Plattformen zu laufen. Hier wie gesagt, ist das Backend, das ist jetzt eine Kampagne aus den USA, aber du siehst, wie das Ganze ausschaut. Die Bilder hier sind jetzt alles nichts Verrücktes, weißt du? Das ist alles relativ einfach gestaltet, weil das hier auch eine ältere Zielgruppe ist, ist jetzt hier für Senioren. Aber siehst, das ist jetzt keine Rocket Science, das sind keine super crazy komplizierten Bilder. Hier ist ein AI-Content, der Rest sind normale Bilder, hier so eine animierte Grafik. Relativ einfach, aber es funktioniert. Und das ist das Ziel dahinter. Es muss natürlich wirken. Und dieser ganze Hochglanz-Content, den du teilweise bei anderen Plattformen siehst, der funktioniert halt nicht so wirklich gut auf Native, sondern dieser, ich sag mal, etwas simplere Content, der so ausschaut, wie wenn du ihn mit dem iPhone geschossen hättest, der funktioniert einfach deutlich besser. Du siehst dann, so schaut das Ganze in etwa aus, wenn du eine Werbeanzeige erstellst. Das ist jetzt hier für den deutschsprachigen Raum, wo es um das Thema Prostata geht. Davon habe ich auch heute noch ein paar Beispiele dabei. Was ist das Ziel von so einer Werbeanzeige oder wie viele Werbeanzeigen gibt es? Ziel so einer Werbeanzeige, Ziel so einer Ad ist es, den nächsten Klick zu verkaufen. Deshalb sind die Ads auch teilweise, ich sag mal, ein bisschen klickbaity geschrieben. Wichtig ist bei uns im deutschsprachigen Raum, die Ad darf nicht zu klickbaity sein. Es funktioniert einfach nicht bei uns. Siehst du teilweise aus den USA, hey, mit diesem genialen Trick hat Kim Kardashian in drei Wochen acht Kilo verloren. So was funktioniert bei uns hier nicht. Ist auch so ein bisschen eine andere Richtung im Bereich Native Ads. Wichtig ist trotzdem, dass du hier eine gewisse Klickbaitykeit einfach dabei hast. Und dass du, wenn du eine Kampagne erstellst, auch die Zielgruppe oder den Schmerzpunkt, den Painpoint ansprichst. Zum Beispiel hier übermäßiger Handrang ist das Problem und Durchschlafen. Ich sag mal, die meisten mit Prostata-Problemen haben halt das Thema, sie in der Nacht aufwachen. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann klickst du da in der Regel auch drauf. Das ist das Ziel. Das Ziel ist wirklich, wie gesagt, nur, dass die Leute sagen, hey, das Thema betrifft mich, dieses Problem betrifft mich, da klicke ich rauf, da möchte ich jetzt mehr drüber wissen. Und wenn der User dann hier drauf klickt, wie gesagt, der weiß noch gar nicht, dass er vielleicht ein Prostata-Problem hat, der merkt einfach nur, ja, ich muss die ganze Nacht aufwachen. Und ich wache die ganze Nacht auf, um auf Toilette zu laufen. Dann, wie gesagt, kommt er auf eine Seite, die aussieht wie ein Zeitungsartikel, ist jetzt hier ein Beispiel von uns. Sie ist hier auf der linken Seite, ist ein bisschen länger. Das heißt, wir wollen hier auch wirklich den User nicht nur entertainen, aber informieren. Ziel ist es, der User ist im Lesefluss. Bedeutet, wir wollen diesen Lesefluss positiv nutzen und hier entsprechend den User informieren über die Themen, damit der User am Ende des Advertorials hier unten dann weiß, ja, das ist interessant für mich oder nein, ich brauche das nicht. Aber wenn er sagt, ich bin die Zielgruppe und ja, das Thema ist interessant für mich, dann wollen wir sicherstellen, dass der User auch den Kauf hier durchführt oder, wie gesagt, die Conversion durchführt. Und von so Advertorials gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Hier auf der rechten Seite seht ihr ein Beispiel von uns auf dem internationalen Markt schon alles so ein bisschen anders aus. Kommt immer darauf an, in welchem Bereich man tätig ist und was man anspricht. Wir machen halt ziemlich viel im Bereich Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, E-Commerce etc. Oder auch Versicherungs- und Finanzprodukte. Und je nachdem, in welchen Bereich es da reingeht, macht ein anderer Aufbau vom Advertorial Sinn. Wichtig zu verstehen ist aber, dass alles oder dass die Ausgangsbasis immer der Schmerzpunkt der Zielgruppe ist. Es ist immer wichtig zu verstehen, was sind denn überhaupt die Pain-Points der Zielgruppe. Das heißt, auch wenn ich jetzt einfach mal von mir behaupte, ich bin ein ganz guter Copywriter, weil ich schon zig Advertorials geschrieben habe, kann ich jetzt nicht für eine Zielgruppe ein Advertorial schreiben, die ich gar nicht kenne, sondern unsere Copywriter genauso wenig. Ziel ist es immer hier zu verstehen, was sind die Probleme und dann hier auch die relevanten Informationen mitzugeben und dann natürlich auch das Produkt zu vermarkten, das Produkt zu verkaufen oder die Idee zu verkaufen, wenn es im Bereich Legion ist. Weil Ziel ist ja trotzdem, dass wir Paid Advertising machen und das ist profitabel. Das heißt, wenn wir 1 Euro investieren, wollen wir 3, 4, 5 Euro am Ende des Tages raus haben. Das heißt, Produkt schwingt hier trotzdem natürlich immer mit. Wie gesagt, Ziel ist es, den User zu informieren und hier auch so ein bisschen Pain zu schaffen. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Zielgruppe ist kalt. Und hier mit dem Advertorial wärmen wir die Zielgruppe auf. Du merkst schon, Advertorial ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, weil du hier mit dem Advertorial die Kampagne in eine gute Richtung, in eine positive Richtung, in eine profitable Richtung lenken kannst. Oder wenn du kein Advertorial hast oder dein Advertorial einfach an der Zielgruppe vorbeigeht, kannst du halt auch ziemlich viel zerstören beziehungsweise du kannst noch so gut im Media Buying sein. Die Kampagne wird nicht wirklich profitabel sein, wenn du hier beim Advertorial nicht wirklich Punkttest. Wie gesagt, Ziel ist es, User zu informieren, Pain ein bisschen zu schüren und die Lösung zu liefern. Und natürlich kann der User die Lösung auch kaufen. Das machen wir dann in der nächsten Seite. Je nachdem die Offer-Page, das kann Lead-Gen-Form sein. Das kann wie hier jetzt ein Produktkauf sein. Und auch hier gibt es die ganz unterschiedlichen Varianten. Bis man zu so einer Variante kommt, ich meine, obwohl wir viel mit Templates etc. arbeiten und auch den Markt da draußen verstehen, dauert es immer eine gewisse Zeit, bis man hier diesen Sweet Spot findet. Dann einfach mit vielen A, B, C, D-Tests, Multi-Variate, T-Split-Tests schaut, was funktioniert denn am Ende des Tages wirklich. Natürlich schauen wir auch hier, sieht man hier so ein bisschen mit Cross-Sales und Up-Sales, dass wir den Average Order Value, den AOV nach oben treiben. Ich sage mal, guter AOV für das Thema Native Ads, die Zielgruppe bei Native Ads, kommen wir später noch dazu, weil nun mal das kleiner Teaser, ist einfach ein Ticken kaufkräftiger, weil älter. Bedeutet also, unser Ziel-AOV ist immer so um die 80 bis 120 Euro auf Native. Wenn dein Produkt oder dein, wenn du im E-Commerce bist und dein Produkt ist in der Price-Range, dann macht es Sinn, wenn du im Bereich Lead-Chain bist, können das natürlich auch deutlich teurere Dinge sein. Erfahrungsgemäß muss man dann immer nur ein Call-Send oder ein Telefonat dazwischen schalten, damit das dann auch funktioniert. Damit sieht man schon mal einen Punkt, für wen ist das Thema Native Ads denn überhaupt interessant oder relevant. Und Native Ads kann ein riesen, riesen Hebel sein für Marken, kann aber auch total in die falsche Richtung gehen. Und es geht immer in die falsche Richtung, nicht weil Native Ads nicht funktioniert. Immer wenn ich frage auf einer Veranstaltung, wie viele von euch haben denn schon Native Ads probiert, dann gehen schon ein paar Hände nach oben, circa 25 Prozent der Audience, da gehen dann die Hände nach oben. Aber von diesen 25 Prozent, bei gut 99 Prozent bleiben die Hände leider oben, wenn ich frage, für wen war es denn nicht profitabel. Weil die meisten machen einfach hier ein paar fundamentale Fehler und Native Ads ist halt so ein auch gefährliches Vehikel, weil es keinen Algorithmus dahinter gibt oder keinen so smarten Algorithmus, wie wir es von Meta und Google gewohnt sind. Die ganzen Firmen, auch wenn wir von den größten Firmen im Bereich Native sprechen, nämlich Tabula und Outbrand, sind Milliarden Konzerne. Trotzdem sind das natürlich nur kleine Fische im Vergleich zu Meta und Google. Bedeutet also, die können einfach nicht so viel in das Thema Algorithmus investieren, entsprechend mehr manuelle Arbeit im Maschinenraum ist notwendig, also in Ads Manager ist notwendig, um die Werbeanzeigen profitabel zu bekommen. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach, wie gesagt, bei anderen Plattformen teilweise nur gute Creatives hochlade und der Algo findet dann schon das richtige Ziel, sondern es ist deutlich mehr manuelle Arbeit notwendig. Schauen wir uns aber mal an, ob Native Ads ganz konkret für dich geeignet ist oder nicht. Das kannst du anhand von ein paar Dingen, sage ich mal, herausfinden. Native Ads ist für dich interessant, wenn du eine breite Zielgruppe hast. Warum ist das so? Bei Native Ads haben wir kein interessenbasierendes Targeting. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht hergehen wie bei YouTube oder wie bei Meta und sagen, okay, ich möchte targetieren, alle Eltern mit einem Kind zwischen 7 und 14 Jahren, alle Hausbesitzer in Deutschland, geht nicht, hast du nicht. Du kannst bei Native natürlich ein Targeting vornehmen, wie zum Beispiel, wo soll die Werbeanzeige laufen, ganz Deutschland, nur in Hessen, nur in Frankfurt, plus 20 Kilometer, etc. Diese Dinge gehen. Du kannst auch targetieren, auf welchen Geräten du laufen möchtest, ob das jetzt auf Mobile ist, auf Desktop, auf dem Tablet. Das sind so Dinge, die du targetieren kannst. Du kannst jetzt aber keine Interessen targetieren. Wichtig zu verstehen. Du kannst auch keine wirklich spezifischen Seiten targetieren in der Regel. Gibt so ein paar Ausnahmen, aber du kannst jetzt nicht nur sagen, okay, ich möchte nur exklusiv auf die Online und irgendwie zwei, drei anderen Seiten laufen. Macht auch in der Regel keinen Sinn. Wichtig ist also, wenn du mit Native Ads starten möchtest oder wenn du es ganz erfolgreich machen möchtest, benötigst du eine super breite Zielgruppe. Deshalb sind so allgemeine Themen, Versicherungsfinanzprodukte, alles rund ums Haus, Themen, die Senioren betreffen, funktionieren extrem gut auf Native. Themen Kosmetik funktioniert extrem gut auf Native. Nahrungsergänzungsmittel, also um das Thema gesunder Lifestyle. Das funktioniert extrem gut auf Native, weil das einfach relevante Themenbereiche für ein Großteil der Bevölkerung sind. Und jetzt, genau. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die Zielgruppe älter ist wie auf anderen Plattformen. Ich vergleiche Native immer einfach als kontroverses Beispiel mit TikTok. Bei TikTok ist deine Zielgruppe relativ jung und die Dinge auf TikTok sind sehr schnelllebig. Du hast eine hohe Ad-Fatigue, deine Werbemittel brennen sehr schnell aus, du musst viel schnellen Content snappy nachliefern. Native Ads im Vergleich dazu ist wie so ein großer Tanker, wie so ein Containerschiff. Ja, es dauert ein bisschen, dazu kommen wir gleich noch, es dauert ein bisschen, bis Native Ads wirklich funktionieren und super profitabel für dich sind. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert. Wie so ein Containerschiff, wenn der mal im Hafen gerade rausschippert auf der Elbe in Hamburg, dann dauert es einfach ein Zeitchen, bis das Ding 22, 23 Knoten hat. Aber wenn der Dampf mal 22 Knoten hat, dann kriegst du das Vehikel halt auch super schwierig gestoppt. Aber du hast halt einfach ein Momentum dahinter. Und hier ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Zielgruppe bei Native etwas älter ist. Vielleicht sagst du auch, okay, ich weiß gar nicht, wer da immer draufklickt. Das trifft vielleicht darauf zu, weil du einfach jünger bist wie die Zielgruppe, wie die Target Audience bei Native. Du erreichst in der Regel gut eine Zielgruppe, 35 plus, 40 plus und nach oben hin hast du ein Open End. Deshalb hatte ich vorhin auch gesagt, Zielgruppe, oder alles rund um das Thema Senioren, etwas älterer Menschen funktioniert gut im Bereich Native Ads. Wichtig zu wissen ist auch, Native Ads kann dann auch ein gewisser Hebel für dich sein, ein positiver Hebel für dich sein, wenn du schon die ganzen anderen Möglichkeiten zur Skalierung auf Meta und Google nutzt. Hintergrund ist einfach der, dass Native zum Testen der falsche Kanal ist. Zum Testen, zum Offer-Testen etc. machen andere Plattformen einfach mehr Sinn. Wenn du frisch startest, macht Meta und Google deutlich mehr Sinn. Dann ist Native in der Regel nichts für dich. Wenn du aber schon 2, 3, 4.000 Euro jeden Tag profitabel auf den genannten Plattformen wie Meta und Google ausgibst und dann einfach Native Ads zur Skalierung dazustreust, dann kannst du auch sehr, sehr schnell auf 20, 30.000 Euro Tagesbudget hochskalieren. Und wir haben Projekte, wir haben Kunden, wo wir jeden Tag 40.000, 50.000 Euro profitabel in Werbeanzeigen, in Plattformen wie Tabula und Outbrain ausgeben, investieren, wo ein Vielfaches davon zurückkommt. Das ist dann der Hebel, den Native Advertising auch wirklich umsetzen kann. Du hast einfach eine super hohe Hebelwirkung, die, wenn man es richtig macht, extrem profitabel sein kann. Das ist das, was Native Ads oder das, wenn das hier gegeben ist, wenn du eine breite Zielgruppe hast, wenn deine Zielgruppe ein Ticken älter ist und wenn du schon mit 3, 4, 5.000 Euro jeden Tag profitabel auf einer Plattform wie Google oder Meta läufst, dann kann Native Ads für dich hochinteressant sein. Native Ads ist jedoch nichts für dich, wenn du sofort Ergebnisse benötigst. Ganz ehrlich, wenn du heute mit Native startest, die Kampagne wird morgen nicht profitabel sein. Egal, ob das jetzt du aufsetzt als Anfänger, ob du dir einen Freelancer holst oder ob das wir als Agency aufsetzen, das Ding ist in der Regel nicht am nächsten Tag profitabel. Sondern du startest mal sehr breit mit dem Funnel und cuttest dann einfach ab, was nicht funktioniert. Du machst deinen eigenen Funnel also immer schmäler. Du testest am Anfang mehrere Marketing-Angels, du testest am Anfang mehrere Zielgruppen, du testest am Anfang mehrere Pain-Points, testest am Anfang viele Advertorials. Das ist alles Testing. Testing kostet Geld. Und deshalb sind die Ergebnisse bei Native am Anfang schlechter. Das ist sehr, sehr kontrovers, wenn du jetzt mit Meta startest. Bei Meta hast du am Anfang neues Werbekonto, neues Produkt, cooles Offer, wenig Werbebudget. Da bekommst du von Meta einen Push. Am Anfang beim Meta sind die Ergebnisse immer cool und dann siehst du, hey, es funktioniert, es ist profitabel. Dann möchtest du skalieren und was passiert dann? Dann drehst du dein Werbebudget hoch und dein CPA, der Cost Per Acquisition, geht genauso nach oben. Das heißt, es wird unprofitabel für dich. Bei Native hast du eine umgekehrte Logik. Du startest mal mit einem höheren CPA und dann kattest du die Dinge ab, die nicht funktionieren. Und dadurch wirst du innerhalb von vier bis sechs Wochen in der Regel profitabel, weil du halt einfach deinen Kanal, die Leitplanken, die werden immer enger und enger und enger und enger. Mit jeder Iteration gehst du mehr in das Richtung Profitabilität, bis du irgendwann den Break-Even-Point erreichst und bis es dann irgendwann mal Klick macht und deine Kasse im grünen Bereich klingelt. Also Native Ads ist nichts, wenn du morgen Ergebnisse benötigst. Native Ads ist eine langfristige Strategie, was jetzt nicht heißt, dass du 100 Jahre warten musst, aber es dauert in der Regel vier bis sechs Wochen, bis du im profitablen Bereich bist. Einfach wichtig zu verstehen. Wenn du weniger als 10.000 Euro monatlich Werbebudget zur Verfügung hast, dann macht Native Ads genauso wenig Sinn. Nicht, weil es zu teuer ist, sondern weil du einfach einen gewissen Ad-Spend benötigst, damit Native Ads Sinn macht. Native, wie gesagt, ist ein Skalierungskanal. Es ist kein Testkanal. Also da jetzt eine Anzeige, eine Kampagne zu starten mit 50, 60 Euro Tagesbudget, ist Verschwendung, Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Weil die Funnel einfach hinter Native Ads Kampagnen zu komplex sind, weil du mehr manuelle Arbeit dahinter hast. Dadurch macht es keinen Sinn, wenn du jetzt nur mit 50, 60 Euro Tagesbudget mal etwas locker antesten möchtest. Lohnt sich einfach nicht. Kosten-Nutzen-Ratio ist in keinem gesunden Verhältnis hier. Das heißt, Mindestbudget sollte für dich irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Euro Minimum im Monat sein für Native, damit das Ding Spaß macht, damit es auch wirklich sinnhaft ist. Und Native Ads ist definitiv nichts für dich, wenn du eine super strenge Markenkonsistenz hast. Wir sehen das teilweise bei Konzernen. Wir lehnen auch viele Konzerne ab, einfach weil die sagen, hey, das sind unsere CIs, das ist unsere Corporate Identity, die müssen erfüllt sein. Bei Native Ads, du siehst die Dinge und ich habe dir vorhin schon gezeigt, wenn ich jetzt hier so ein Funnel anschaue. Genau, ich meine, wir haben bei uns professionelle Designer, denen bluten die Augen teilweise, wenn sie sowas hier sehen, aber es funktioniert und wer heilt hat recht. Am Ende des Tages muss es für die Zielgruppe passend sein und funktionieren. Das heißt aber umgekehrt, wenn du jetzt eine super strenge Markenkonsistenz hast, wenn du sagst, hey, unsere Bilder sind immer Hochglanz, unsere Bilder sind das und das und das muss gewährleistet sein, dann funktioniert Native nicht. Native ist ein sehr natürlicher Kanal, bei Native Ads hast du viel auch Amateur-Style-Content und wenn du da zu stringent mit deinen Brand-Assets bist, dann ist Native Ads definitiv nicht der richtige Kanal für dich. Das war ein kurzer Überblick für dich, ob das Thema Native interessant ist. Kommen wir zu einer von vielen Fragen, die dich jetzt wahrscheinlich auf den Finger jucken. Wie viel kostet das Thema Native überhaupt? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Ganz grundsätzlich gesprochen ist Native, wenn ich jetzt auf den Klick gehe oder auf den CPM, den 1000er-Kontaktpreis, da muss man sagen, sind Native Ads günstiger wie jetzt andere Marketing-Channels da draußen. Wichtig ist, Native ist ein Skalierungskanal. Das heißt, es geht am Ende des Tages um Menge. Es ist ein Mengengeschäft und man schaut hier am Anfang, und das ist meine Empfehlung für dich, dass du den günstigsten CPM, den günstigsten 1000er-Kontaktpreis zustande bekommst. Dadurch skaliert das. Also Ziel ist es nicht zu schauen, okay, was kostet mich der CPC etc. ist einfach nur eine andere Umrechnung, sondern zu schauen, wie bekomme ich den günstigsten CPM hin, um dann entsprechend zu skalieren. Wie bekomme ich den jetzt hin? Auch ein bisschen mit Clickbait die Headlines. Die Headlines dürfen natürlich, oder die Ads dürfen natürlich nicht zu Clickbait sein. Du hast nämlich dann das Problem, dass die Leute zwar klicken, aber nicht konvertieren. Aber ich sage mal, wenn du zu brav bist in der Ansprache da draußen, funktioniert das nicht, da ist dein CPM einfach zu hoch und die Kalkulation geht nicht auf, um die Kampagne profitabel zu bekommen. Ziel ist es also am Anfang, auf Menge zu gehen und einen günstigen CPM zu erzielen. Und wichtig ist, du brauchst einfach höhere Tagesbudgets. Ganz wichtig zu verstehen, also wie schon vorhin gesagt, so eine Kampagne mit irgendwie 50, 60 Euro Tagesbudget ist Waste of Time, Waste of Money. Es gibt eine Faustregel, die sagt, ich bin kein großer Freund von dieser Regel, die immer anzuwenden, aber in vielen Dingen macht es Sinn, einfach für dich als Rechenbeispiel. Was brauche ich an Tagesbudget? Die Faustregel hier, wie gesagt, ist dein Ziel-CPA, angenommen, das sind 25 Euro, den mal 10, das sollte dein Tagesbudget sein. Das heißt, so um die 250 Euro. Jetzt gibt es natürlich hier bei Native, das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei, du hast mehrere Traffic-Arten und du hast mehrere Kampagnen-Typen. Das heißt, wir stellen zwar eine Kampagne zum gleichen Thema, splitten die aber nach Traffic-Type, also nach Gerät. Das eine ist zum Beispiel Desktop, das andere ist Mobile und Tablet, weil dahinter einfach unterschiedliche CPCs und CPMs sind. Und jetzt müsste man theoretisch, wenn man beide Plattformen parallel laufen haben möchte, diese 250 Euro mal zwei nehmen, also einmal für den Mobile-Traffic und einmal für den Desktop-Traffic. Wir machen das in der Regel am Anfang und schauen dann einfach, welches Gerät, welcher Device-Type funktioniert besser, und cutten dann ein Device-Type ab, um uns mal auf die Profitabilität am Anfang zu beschränken. Aber wichtig zu verstehen ist, weil vieles ist mittlerweile im Bereich Online-Marketing exklusiv auf das Thema Mobile-Content fokussiert. Wichtiges zu verstehen ist, dass bei Native hast du auch ziemlich viel Desktop-Traffic und das ist vor allem eine ältere Zielgruppe, wie gesagt, so schließt sich der Kreis wieder und Desktop-Traffic dir auch konvertiert. Denn grundsätzlich muss man sagen, Desktop-Traffic im Vergleich zu Mobile-Traffic konvertiert einfach noch immer im deutschsprachigen Raum besser wie Mobile-Traffic, ist natürlich auch teurer. Das mal so zu den Kosten, also wie gesagt, CPMs günstiger, irgendwo Werbebudget zwischen 8.000 und 10.000 Euro, nicht profitabel vom ersten Tag, realistisch in vier bis sechs Wochen, jedoch machbar, wenn so die anderen Grundvoraussetzungen gegeben sind. Wie funktioniert die Skalierung? Am Anfang haben wir über Skalierung gequatscht, wie schaut das Thema jetzt aus? Wie gesagt, Skalierung, du hast viele Möglichkeiten, wenn es um das Thema Skalierung geht. Wir haben Kampagnen, so die größten Kampagnen, die wir am Start haben, im deutschsprachigen Bereich, die haben Werbebudgets von 40.000 bis 50.000 Euro am Tag profitabel. Das ist etwas, was möglich ist. Ich zeige euch einfach mal hier so ein paar Beispiele dahinter, wo wir auch in ganz guten Höhen skaliert sind. Ich zeige euch jetzt nicht die super krassesten Beispiele, weil da einfach die Zahlen auch zu abstrakt sind, aber einfach mit einer normalen Brand, was ist möglich, was ist auch greifbar möglich. Hier haben wir eine D2C-Brand in Deutschland und da sieht man einfach, wir sind mit relativ wenig Werbebudget gestartet und da siehst du so das Thema CPA, die Cost per Acquisition, wie viel zahle ich für eine Conversion? Waren knapp 46 Euro. Und dann siehst du, Werbebudget ist nach oben gegangen und der CPA ist nach unten gegangen, bis er sich dann irgendwo einpendelt. Und das Gute ist, der CPA, der bleibt dann auch stabil. Das heißt, du hast nicht diesen Rollercoaster, dass du jeden Tag betest und schaust, okay, wo lande ich denn heute mit dem CPA, sondern es ist super entspannt. Du weißt einfach, du hast vorhersehbare Ergebnisse. Und du siehst hier, wenn ich hier ganz gut hochgedreht, September, Oktober, November, Dezember auf 188.000 Euro Werbebudget und der CPA da hinten ist super gleich geblieben. Würdest du hier das Gleiche auf Meter machen, würde dir hier der CPA in der Regel nach oben weg explodieren. Und das ist wie gesagt eine ganz normale T2C Brand, wie du sie da draußen zigfach, hundertfach auf Facebook und Instagram sehen kannst. Ähnliches Beispiel, hier geht es um Hundezubehör, also um so Hundegeschirr, Hundeleinen, die man auch mit dem Namen versehen kann. Auch relativ klein gestartet, 9.000 und dann auch hochskaliert auf 117.000. Und du siehst hier am Anfang, hast du immer einen etwas höheren CPA, etwas höhere Kosten per Conversion, aber das gleicht sich dann relativ schnell aus. Das ist der Vorteil einfach bei Native. Und du hast hier einfach dann eine extreme Stabilität dahinter drinnen und kannst auch entsprechend gut nach oben drehen. Zusammenfassend muss man sagen, bei Native, was ist möglich, was ist nicht möglich, wenn es um das Thema Skalierung geht. Es sind viele Dinge möglich, du hast den Vorteil, dass du es halt auch auf mehrere Plattformen splitten kannst. Also du kannst in der Regel bei Outbrand oder Tabula in Deutschland relativ einfach 7.000, 8.000 Euro profitabel ausgeben. Mehr oder ab danach macht es einfach Sinn, das auch auf mehrere Plattformen zu streuen, einfach zu sagen, okay, ich gebe jetzt 10.000 Euro bei Tabula aus, 10.000 Euro bei Outbrand aus, um auch das Risiko so ein bisschen zu streuen. Am Anfang würde ich dir immer empfehlen, mit einer Plattform zu starten, diese Plattform profitabel zu machen, diese Plattform zu dominieren und dann einfach entsprechend das Gleiche, weil ob das jetzt auf Native Tabula oder auf Native Outbrand funktioniert, das ist relativ gleich. Die Plattformen funktionieren zwar ein bisschen anders von der Logik und wie du das Media Biking dahinter betreibst, aber so der Grundfunnel, der ist genau der Gleiche, der funktioniert sowohl, wenn der auf Tabula funktioniert, funktioniert der auf Outbrand und umgekehrt. Das heißt, die Dinge geben sich nicht viel. Du kannst mit Native, wie gesagt, auch jetzt, wir sind unmittelbar vor dem Q4, kannst mit Native halt sehr, sehr einfach, wenn du jetzt wirklich startest, noch das Q4 gut mitnehmen und hier einfach ein paar hunderttausend Euro, ganz ehrlich, wenn du es richtig machst, entspannt mitnehmen und profitabel mitnehmen. So viel zum Thema Native Ads. Wenn du dazu eine Frage hast, wir haben jetzt noch unsere FAQs, unsere Fragerunde dahinter, kannst du mir auch gerne schreiben, hier hast du meine E-Mail-Adresse oder du nimmst einfach dein Smartphone her, öffnest WhatsApp und da kannst du meinen QR-Code einscreen und mir einfach direkt auf WhatsApp schreiben. Ist auch nicht irgendwie ein Bot dahinter, bin ich dann ganz normal, kannst du mir gerne ein Funnel schicken, ein Produkt schicken, um einfach mal eine Einschätzung zu bekommen, ob dein Produkt, deine Brand, was auch immer du vorhast, für Native geeignet ist. Ja, vielen Dank Marcel, für die ganze Insights. Wie Marcel schon sagte, wir haben noch einige Zeit, ihr könnt eure Fragen nach wie vor in die Fragebox einstellen. Es sind auch einige Fragen reingekommen, Marcel. Ein paar davon hast du tatsächlich schon beantwortet mit den nächsten, übernächsten Folien, aber ich fange mal an. Ja, Native Advertising-Platzierungen haben oft seltsame Umfelder und daher einen gewissen Ruf. Selbst auf seriösen Plattformen wie Tageszeitungen könnte man neben unpassenden Motiven platziert werden. Gibt es dazu Filde oder Einstellungsmöglichkeiten, dies zu beeinflussen? Absolut. Ein super wichtiger Punkt und zwar, wenn du jetzt einen Account bei Tabula zum Beispiel erstellst oder bei Outbrainer erstellst, da hast du das Problem, dass halt, wie gesagt, wir reden hier vom Open Web, von zig hunderttausend oder Millionen Webseiten dahinter. Und wenn du jetzt eine Werbeanzeige reinstellst, ohne irgendwie Filter, dann läufst du halt auch überall da draußen. Und deshalb erstellen wir oder spielen wir immer eine Whitelist oder eine Blocklist ein, um zunächst einmal diese ganzen unseriösen Placements rauszukicken. Auf denen wollen wir nicht laufen, die konvertieren sowieso nicht. Das heißt, wir schauen, dass wir auf den sogenannten Premium Publishern laufen. Da sind dann auch die bekannten Namen und Magazine, die man kennt, das sind jetzt nicht irgendwelche Push-Sachen. Und da muss man sagen, da gibt es schon ziemlich stringente Sicherheitsregeln. Der Content, den man auf Native erstellt, der wird auch eingestuft, klassifiziert in High- oder Premium-Quality oder Regular-Quality-Content. Und du kannst auf ein paar Plattformen halt wirklich nur laufen, wenn du in die Kategorie Premium oder High reinfällst. Und dadurch gibt es so ein gewisses Qualitätsziel. Das heißt, wenn du in diese Kategorie High, in dieser Klassifizierung reinfällst, dann läufst du auch nicht irgendwo zwischen irgendwelchen fragwürdigen Werbeanzeigen. Dann läufst du wirklich auf Premium-Publishern, in dem Umfeld auch auf Premium-Werbetreibenden. Dankeschön für die Antwort. Wie bewertest du die Möglichkeiten mit Native Ads für B2B-Marketing hinsichtlich Targeting und diversen Zielsetzungen, zum Beispiel Leads oder Awareness? Also, Awareness ist immer schwierig zu messen. Unsere Strategien ziehen daher immer auf das Thema Conversion aus. Also, wir wollen das Ding profitabel machen und so, dass es auch sichtbar ist, dass wir wirklich eine Tabelle haben, wo wir sagen, hey, wir haben so viel Euro ausgegeben, das ist reingekommen, so und so viel ist übergeblieben, so und so hoch ist der Profit. Da ist das Thema Awareness immer schwierig zu messen. Nichtsdestotrotz sehen wir einfach, wenn du mit einer Native-Kampagne draußen bist, das Thema Google Suchanfragen, Google Search Ads, Requests, die steigen in der Regel um 20 bis 25 Prozent zum Thema Awareness. B2B, schwieriges Thema auf Native. Grundsätzlich keine Empfehlung von mir, im Bereich B2B zu starten. Gibt ein paar Ausnahmen. Ausnahmen sind sozusagen Selbstständige, gerade auch so im Bereich Finanzierung, Kredite etc. So was funktioniert, aber wenn du jetzt eine Hardcore-B2B-Zielgruppe hast, keine Ahnung, Geschäftsführer von Metallbauunternehmen, dann ist Native der falsche Kanal. Vielen Dank. Wo werden eigentlich die Advertorials gehostet? Die hostest du selber. Wir verwenden dazu in der Regel Webflow, aber die hostest du selber. Also für das Hosting bist du selbst verantwortlich. Das kann eine Webflow-Seite sein, kann eine WordPress-Seite sein, kann irgendwie Clickfunnels, OnePage sein, was auch immer. Wichtig ist nur erfahrungsgemäß, dass es einfach in diesem Look and Feel von einem Magazin ist, von einer Zeitungsseite ist, musst du natürlich auch immer kennzeichnen mit Advertorial und teilweise hast du unten auch noch so ein paar kleine Disclaimer dabei, aber wo du die hostest, ist die überlassen. Wir verwenden in der Regel, wenn wir die Advertorials hosten, eine sogenannte Third-Party-Domain. Bedeutet also, meine Domain hier zum Beispiel, lass uns sagen, wir werben hier für purple-black.com, dann verwenden wir für das Advertorial-Hosting nicht die gleiche Domain, sondern ist das konsumentengesundheit.de, konsumentengesundheit.de, apothekenmagazin.com, was auch immer. Das sind dann einfach andere Domains. Das heißt, unser Ziel ist es, dass sozusagen eine Third-Party-Quelle, in dem Fall die Seite, die wir selber erstellen oder die Brand, die wir hier selber erstellen, dass die sagt, wir sind cool. Weil selber zu sagen, du bist cool, funktioniert halt so ein bisschen semi, hat immer einen gewissen Fadenbeigeschmack, aber Ziel ist es immer, dass das Ganze auf einer Third-Party, auf einer externen Seite läuft. Wohlwissen natürlich, dass du es auch auf deiner normalen WordPress-Seite hosten kannst, wo du auch die restlichen Seiten bei dir hostest. Vielen Dank. Wie gesagt, wir haben noch genügend Zeit, stellt gerne eure Fragen weiterhin in den Chat rein. Ich mache weiter mit den Fragen. Wenn es in nativen Anzeigen kein interessenbasiertes Targeting gibt, wie können wir denn sicherstellen, dass unser Publikum gezielt angesprochen wird? Das machst du mit den Werbeanzeigen. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du schaust halt, dass du in den Werbeanzeigen die Zielgruppe targetierst. Mütter aufgepasst, Hunderbesitzer aufgepasst, Hausbesitzer kennen diesen Trick nicht, haben sie Rückenschmerzen, Ärzte hassen diesen Trick. Damit sprichst du die Zielgruppe an, die das Problem hat oder du sprichst eine Zielgruppe an, Senioren aufgepasst. Das heißt, du sprichst jemanden dezidiert an. Aber das ist mehr oder weniger dein Targeting. Du kannst es von der Problemseite angehen, Rückenschmerzen, diese drei Tricks verraten die Ärzte nicht oder tun sie das jeden Abend, um abzunehmen, etc. Das heißt, damit sprichst du Zielgruppe an oder eben Mütter aufgepasst. Das ist für sie und ihr Baby interessant. Dadurch sprichst du halt, also kein Mensch klickt drauf, irgendwie der jetzt Vater ist oder sowas. Hast du in der Regel selten oder Hausbesitzer, klickt jetzt keiner wirklich drauf, der in einer kleinen Miethauswohnung drinnen wohnt. Das ist mehr oder weniger dein Targeting. Dankeschön. Konvertieren Native Ads in Deutschland genauso wie in den USA zum Beispiel? Schwierig zu sagen. Also die Conversion, ich sag mal, die Kreditkarte wird schneller in den USA gezückt wie jetzt in Deutschland. Der Ansatz ist auch ein ganz anderer. Also die Werbern zeigen, Advertorials, das ist alles deutlich aggressiver, wenn man in den USA wirbt. Unser Hauptbereich oder viele Kampagnen, die wir haben, laufen auch in den USA weit über 65, 70 Prozent. Laufen einfach in den USA, weil es ein riesen, riesen Markt ist. Von insgesamt international 100 Prozent des Native Advertising Werbebudgets werden auch über 50 Prozent in den USA ausgegeben. Das heißt, USA ist einfach ein Riesenbereich. Die Conversion Rate ja, ist in der Ticken, ist in der Regel ein Ticken höher. Man muss jedoch auch dazu sagen, auch die Kosten sind in der Regel etwas höher, weil du halt mehr Konkurrenz hast, mehr Competition hast. Unterm Strich, wenn man die Zahlen betrachtet, gleicht es sich aus. Aber ja, Conversion Rate ist höher. Dankeschön. Du hattest eine Folie gehabt, wo Paris Hilton abgebildet wurde. Hierzu eine Frage, wie sieht die rechtliche Lage aus, wenn man eine Anzeige mit Paris Hilton zum Beispiel nutzt? Genau, war in der Regel keine Anzeige. Also das mit Paris Hilton war in einem Advertorial, wo halt darüber berichtet worden ist, dass Paris Hilton auch diese Methode nutzt. Du musst natürlich die Wahrheit sagen, das heißt, du kannst jetzt nicht etwas verwenden, was irgendwie total nicht stimmt oder so. Das kannst du jetzt nicht sagen, aber unterm Strich ist hier eine Berichterstattung und auch als Werbung gekennzeichnet, kommt immer so auf den rechtlichen Rahmen drauf an. Muss man abschätzen oder auch abklären, was man möchte. Ist ein bisschen eine Grauzumme. Man muss, also wir schauen hier auch immer sehr, sehr präzise, was ist machbar, wie sind die Dinge formuliert, bevor wir so starten. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach ein Celebrity herzunehmen und das auf dein Editorial raufzuklatschen. Das kann in die Hose gehen. Grundsätzlich kann man aber Celebrity schon hier und da für das ein oder andere Thema hernehmen, wenn es um so eine Grundaussage geht. Hey, das sind die Lieblingsgel-Nägel von Paris Hilton etc. Ähnlich wie das eigentlich auch Sixt macht mit ihrer Autowerbung, mit den Präzisbildern. Korrekt. Korrekt. Welche Publisher-Plattform ist nach deiner Erfahrung besser? Was sind die Vor- und Nachteile und wie viele, wie unterscheiden sich diese grundlegend? Also vom grundlegenden Aufbau her sind die Plattformen ähnlich. Am Anfang kann ich dir empfehlen, entweder mit Outbrain oder Tabula zu starten, je nachdem, was dir persönlich sympathischer ist. Beide Plattformen haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum extrem gute Placements. Wie gesagt, es sind andere Placements, aber es ist Jacke wie Hose, ob du mit Tabula oder mit Outbrain startest. Ich würde halt nur, wie gesagt, am Anfang nicht mit beiden starten, sondern mich wirklich auf eine Plattform konzentrieren und fokussieren, aber ist wie gesagt same, same, ob du jetzt Tabula oder Outbrain verwendest. Wie performen aus deiner Sicht Retard Cookie-Blogger? Also mit Cookie ist es so ein Thema. Du hast gesagt, bei Native oder unser Setup ist in der Regel ein Cookie-less-Setup. Du kannst einfach mehr damit tracken. Tracking ist ein super relevanter Punkt. Tracking ist ein bisschen oder Tracking ist komplexer im Bereich Native Ads. Auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Third-Party-Domain-Tracking etc., das macht schon einen Unterschied, wie jetzt einfach bei Facebook den Pixel-Helper irgendwo zu installieren, draufzupacken und das Ding konfiguriert sich mehr oder weniger von selbst. Das hast du bei Native in der Form nicht. Trotzdem mit dem richtigen Tracker, du brauchst eine Software in der Regel dazwischen, das heißt zum Beispiel Volume, oder Clickflare. Damit kannst du es schaffen, dass du sehr wohl ein sehr, sehr akkurates Tracking mit 90% circa auch wirklich effektiv tracken kannst. Ist ein relativ komplexes Server-to-Server-Tracking, das heißt, du brauchst dahinter auch einen Entwickler, das ist jetzt nichts, was du innerhalb von 20 Minuten unter einem YouTube-Video parallel machen kannst, aber das funktioniert grundsätzlich gut. Du hast natürlich auch, weil ich vorhin kurz das Wort Retargeting gehört habe, Du kannst natürlich auch Retargeting mit Native betreiben. Die Kombination, die wir unseren Kunden aber immer empfehlen, ist das Thema Native Ads im Prospecting, also in der Akquise zu verwenden und im Retargeting dann mit einer Plattform wie Meta zu arbeiten, weil dort dann einfach die Retargeting-Ausspülung noch ein bisschen besser ist. Vielen Dank. Wie könnte ein Editorial für eine Nachrichtenseite aussehen? Ist dann der Nachrichtenbeitrag schon gleich das Editorial? Genau, da hatte ich vorhin auch kurz, ich kann es noch mal schnell einblenden. Gib mir kurz eine Sekunde. Also das hier ist schon ein Beispiel von so einem Editorial. Du siehst hier auf der linken Seite die lange Form, hier so ein Oberausschnitt. Es schaut so aus, also du kommst schon direkt zur Thematik, du hast jetzt nicht irgendwie Fake-Content, okay, Trump sagt das, Scholz sagt das, sondern du hast halt schon wirklich dann den effektiven Content. Es ist halt nur im Style von einem Blogartikel oder von einem Newsartikel. Es ist jetzt nicht im Style von einer L'Oreal-Werbeseite, das ist damit gemeint. Aber du hast schon diesen direkten Start dann über dein Editorial damit. Vielen Dank. Werden Native Ads trotz Ad-Bloggern ausgespielt? Ja. Werden trotzdem ausgespielt? Kommt drauf an natürlich, welchen Ad-Blogger du verwendest. In den meisten Fällen wird es ausgespielt, klar. Und eine letzte Frage habe ich noch. Bei Outbrain gibt es ja die Unterscheidung zwischen Engage und Amplify-Modus. Wie schätzt du die Performance ein aus Engage-Modus, hier mit Editorial zu arbeiten, da die Reichweite im Engage-Modus ja oft ziemlich gering ist? Lohnt sich hier der Aufwand? Outbrain ist, sag ich mal, teilweise, die Dinge laufen im Hintergrund zusammen. Bedeutet, grundsätzlich ist es immer am besten, das direkte Ziel auszuwählen. Und die ganzen Sachen mit Engage, etc. wegzulassen. Du kannst natürlich auch ein Amplify im Hintergrund, super viel komplexere Regeln und so weiter einstellen. Kommt auf dein Tagesbudget ein bisschen drauf an. Grundsätzlich meine Empfehlung, wenn du startest, geh direkt auf eine Conversion-Kampagne, ob das jetzt E-Com oder Lead-Chain ist, geh direkt auf eine Conversion-Kampagne und lass mal die ganzen anderen crazy Dinge, die das Thema verkomplizieren, weg. Mach den Schritt mal manuell und wenn du irgendwann mal ein paar tausend Euro am Tag ausgibst, dann machen schon die Dinge Sinn, mit anzutesten, auch Engagement mit anzutesten, etc. Am Anfang würde ich dein Setup aber sehr, sehr schlank halten. Vielen Dank. Es sind momentan keine weiteren Fragen da. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit Marcel kontaktieren. Ihr seht ja hier seine E-Mail-Adresse und den QR-Code. Kontaktiert ihn einfach. Das Webinar haben wir aufgezeichnet. Das wird spätestens ab Montag bei uns auf der Plattform unter omp.de slash Webinaren aufrufbar sein. und die Folien bekommt ihr dann im Nachgang auch von Marcel zugeschickt, wenn ich es richtig verstanden habe, Marcel. Korrekt, genau. Kommen wahrscheinlich heute oder morgen. Super. Also, in diesem Sinne vielen, vielen Dank, Marcel. Vielen, vielen Dank an die Community, dass ihr dabei wart und wir sehen uns spätestens am nächsten Dienstag zum nächsten Webinar. In diesem Sinne ein schönes Wochenende noch. Tschüss meinerseits. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020